Knapp 20 Treffen mit Peer-to-Peer-Plattformen, Kreditgebern und weiteren Interessensvertretern. So lautet die Meeting-Bilanz meiner insgesamt 5-wöchigen Reise durch das Baltikum, welche nun vorbei ist. Inhaltlich habe ich auf meinem Blog, auf Telegram und auf Facebook bereits einige inhaltliche Punkte meiner Treffen zusammengefasst und meine Eindrücke vor Ort geschildert. Parallel dazu sind auch schon einige Video-Inhalte auf meinem englischen YouTube-Kanal veröffentlicht worden. In dem heutigen Video möchte ich kurz und knapp auf meine 5 persönlichen Gewinne eingehen, die mich am meisten überzeugen konnten und die sich durch das Treffen eine neue oder aber bessere Position in meinem Portfolio erarbeitet haben. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit dem heutigen Video. Mein zweiter Besuch bei Inca Marketplace hat meine Zuversicht und mein Vertrauen bezüglich der estnischen Peer-to-Peer-Plattform weiter verstärkt. Eine Bereicherung gab es insbesondere durch das persönliche Kennenlernen mit einigen noch nicht getroffenen Mitarbeitern, darunter auch mit dem neuen CEO Lavrenti Sudarkov, welcher einen sehr geordneten und fachlich kompetenten Eindruck auf mich hinterlassen hat. Die Kombination aus CEO Lavrenti, der alle operativen Angelegenheiten im Blick hat, und Gründer Kimmo, der sich im Hintergrund vermehrt um die strategischen Themen der Plattform kümmert, scheint für mich eine gute Symbiose zu sein, welche die Plattform in den letzten Monaten schon sichtbar weitergebracht hat. So ist das verwaltete Investorenvermögen seit Februar um 1 bis 1,5 Millionen Euro pro Monat angestiegen, wodurch der Anteil des ausgefallenen Portfolios auf unter 1% gesunken ist. Im Gegensatz zu Peerberry, Esgetit und Co. scheint bis auf weiteres auch keine Cash-Track-Gefahr in Sicht zu sein, mit bis zu 5 potenziellen Kreditgebern, welche bereits eine Kooperationsvereinbarung mit Income unterzeichnet haben. Gemäß meiner letzten Informationen von Anfang Juli führen drei der fünf Kreditgeber bereits IT-Tests durch und prüfen die detaillierten Rahmenvereinbarungen seitens Income. Der ein oder andere Zuwachs sollte daher in diesem Monat schon verkündet werden. Das Treffen mit dem estnischen Kreditgeber Estow, der seine Kredite unter anderem über Mintos finanziert, ist ebenfalls eines der positiven Highlights meiner Baltikum-Reise gewesen. Hier habe ich mich mit CEO und Estomitgründer Mick Metzer getroffen, zu dem es in der Vergangenheit bereits vereinzelte Berührungspunkte gegeben hat. Zwei Dinge haben mich hierbei besonders beeindruckt, nämlich zum einen seine fachliche und inhaltliche Kompetenz, welche wirklich in sämtliche Unternehmensbereiche ausgestrahlt hat, und zum anderen auch seine Offenheit, sämtliche Zahlen, KPIs und Prozesse öffentlich zu teilen, die man sonst vielleicht eher als unternehmenssensible Daten bezeichnen würde. Bezogen auf den Mehrwert der Unterhaltung, definitiv eine der Top 3 Gespräche, die ich während meiner Reise geführt habe. Also gerne mal nachhören im Podcast, wenn euch dieser Kreditgeber interessiert. Mein im Vorfeld bereits sehr positiv geäußerte Eindruck zu Esto hat sich während meiner Zeit in Tallinn definitiv bestätigt. Das bedeutet, dass wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass Esto in den kommenden Wochen eine Anleihe über Mintos finanzieren wird, ich mich bei entsprechenden Rahmenbedingungen sehr wahrscheinlich auch beteiligen werde. Einen ebenfalls positiven Eindruck konnte ich von der Agrarplattform Lande gewinnen, deren CEO Nikita Gonzas ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal persönlich kennenlernen konnte. Der Eindruck der vorherigen Online-Meetings hat sich auch im realen Leben bestätigt. Ein ruhiger, äußerst sachlicher und auch wissbegieriger Typ, der aus meiner Sicht mit ernsthaften Absichten versucht, seine Plattform zu verbessern. Die vielen Baustellen, mit denen Lande in den letzten Monaten zu kämpfen hatte, sind aus meiner Sicht auf ein zu schnelles Wachstum gepaart mit fehlenden Erfahrungswerten zurückzuführen. Mittlerweile wirkt die Plattform jedoch durch neue Strukturen und neue Mitarbeiter wieder deutlich gefestigter. Angefangen von der IT bis hin zu den eingeleiteten Maßnahmen bei der Rückgewinnung in einzelnen Märkten. Was mir ebenfalls imponiert hat, war, dass man bei Lande sehr konservativ denkt und versucht, das Wachstum moderat zu gestalten, ohne Schnellschüsse in neuen Märkten. Man testet, evaluiert und verbessert anschließend seine Prozesse. Dass man unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr als eine Million Euro pro Monat zur Finanzierung auf der Plattform anbieten will, finde ich persönlich sowohl nachvollziehbar als auch unterstützenswert. Insofern steht mein Investment bei Lande nunmehr auf deutlich stabileren Beinen und wird in der Zukunft weiter ausgebaut werden. Die mitunter höchste Erwartungshaltung im Vorfeld, die gab es bei Debitum Investments, weil mich die Entwicklung der Plattform in den letzten neun Monaten schon sehr beeindruckt hat und mich auch zu einem möglichen Comeback animiert haben. Die Gespräche mit dem neuen CEO und Debitum-Gesellschafter Erics Rengitis haben mir verdeutlicht, warum die Plattform seit dem Eigentümerwechsel im letzten Sommer stark an Profil dazu gewonnen hat. Nämlich aufgrund jener neuen Gesellschafter, die mit klaren Vorgaben, hohem Finanz-Sachverstand und mit der Hilfe ihres Netzwerks den Stein ins Rollen gebracht haben. Aufgrund seiner Corporate-Finanzkarriere wirkt Erics als Typ zwar etwas trocken und steif, sein scharfer Verstand und seine Sichtweisen zu Debitum besaßen allerdings Hand und Fuß. Auch die Erklärungen zu kritischen Themen wie dem DEB-Token oder der Situation in der Ukraine, die beide vor seiner Übernahme stattgefunden haben, empfand ich als äußerst klug und durchdacht. Ich mache es kurz, Debitum hat mich beim Treffen mehr als überzeugt, von daher werde ich ab Juli wieder anfangen bei der Plattform zu investieren. Zudem wird es in den kommenden Wochen nochmal einen ausführlichen Blick auf die Plattform geben, wo ich auf alle Inhalte unserer Gespräche eingehen werde. Und zum Abschluss möchte ich auch nochmal mein erstes persönliches Treffen mit dem Team und den Gesellschaftern von Heavy Finance positiv hervorheben. Im Zentrum stand dabei das Thema Green Loans, worüber ich mich ausführlich mit dem Mitgründer Darius ausgetauscht habe. Seine Aussagen hatten für mich Hand und Fuß, was auch für die Aussagen von Andreas gilt, mit dem es inhaltlich vermehrt um die Gesamtbetrachtung aller Märkte ging und wie dort die Rückgewinnungen weiter verbessert werden können. Auch hier bin ich recht zuversichtlich, dass sich die Performance der Plattform weiter verbessern wird, trotz einiger nicht zu eliminierender saisonaler Schwankungen, welche im Agrarsektor einfach mit dazu gehören. Auch zu Heavy Finance will ich mich in den kommenden Wochen nochmal etwas ausführlicher äußern, nachdem ich hier zuletzt auch mein einjähriges Jubiläum als aktiver Investor feiern konnte. Also wie jetzt im Video sicherlich schon mehrmals durchgeklungen ist, plane ich in den kommenden Wochen zu jeder der eben genannten Plattform nochmal ein einzelnes Video zu veröffentlichen, wo die inhaltlichen Ergebnisse nochmal deutlich ausführlicher besprochen werden. Was mir außerdem noch wichtig zu betonen ist, nur weil es sich hierbei um meine persönlichen Gewinne handelt, bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass es sich bei den anderen Plattformen automatisch um Verlierer handelt. Viele Begegnungen meiner Reise sind äußerst neutral verlaufen, weshalb es in Zukunft sicherlich auch Videos zu anderen Plattformen geben wird, wie zum Beispiel Bondora oder Mintos. Vielleicht interessieren euch aber auch die Ergebnisse zu ganz anderen Plattformen, von daher lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr demnächst von mir sehen wollt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch genügend Fragen, dass wir hier eine kleine Q&A Session veröffentlichen können bezüglich meiner Reise im Baltikum. Bis hierhin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, habt noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute, ciao.